Jetzt gibt es den Fragen, Konda. Ich stelle dir kurze Fragen und bitte dich um kurze Antworten. Dein erster Gedanke nach dem Foulspiel in Freiburg? Äh, scheiße. Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches war es. Ich hatte ja ziemlich schnell gemerkt, dass es so kurz in die Antwort war. Scheiße. Während deiner Verletzung hast du dir womit am liebsten die Zeit vertrieben? Ähm, mit Spazierengehen. Oh, schön. Individualtraining ohne die Teamkollegen. Was vermisst du dabei am meisten? Den Ball. Vervollständige bitte, die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist? Ein schönes Gefühl. Und Marcel Schmelzer bleibt den Rest der Saison verletzungsfrei, weil? Ich war jetzt schon zweimal verletzt und das reicht für eine Saison. Du bist einfach durch. Ja.